Willkommen und viel Spaß mit dem süßesten Mädchen der Gaming-Geschichte Little Miss Fortune. I just saw her. You may want to go and check it out. Das ist eine ziemlich schlaue Lüge. Yes, it worked. Ich glaube, es ist am besten noch lauter. Ja, oder? Na dann, auf geht's. Da freue ich mich an den Tieren. Oh, was? What did you say to me? Give yourself a fuck. Oh, Miss Fortune. What's that now? I don't care. This bird is mean. Oh, dear. We need to get your happiness back as soon as possible. Same as Sponsor-Gang. No. Was sagt ihr das? Okay. Er ist bestimmt nur schlau, weil er Kaffee trinkt. Sieht sehr freundlich aus. Hm. Okay. Er ist immer in. Fick Delios! Oh. These birds multiply at a very high rate with different partners, leaving behind dysfunctional offspring. Bitte das Leben zu uns fehlen, Garfunks. Sollen wir das Vogelfutter klauen? Vogelfutter. Ist das ja nur Vogelfutter? Weil wir füttern ja die Vögel. Aber klauen. Und die Leo ist an die denken. Was sagen wir zum Vogelfutter? Du leihst es dir? Ja, okay. Ich leih mir mal das Vogelfutter aus. Okay. 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 No, hormones. Ein multiples, hm? Doch das Thema! Nett. Mhm, das stimmt. Arigatou! Wir sind eins. Schön, dass der Städt stinkt. Ah, schau mal an die süßen Blaschen. Sie könnten alle meine Babys sein. Nett. Nett. Die Hensler. Da steht WC und nicht Wolf, aber na gut. Ist halt so sad. Die Hensler. Ja, ich glaube, sie hätte auch eher das Gespräch mit ihrer Mum führen sollen, nicht mit dem... Ja. 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 Wir nehmen natürlich wieder mit. Unser Stein. Wir nehmen die kleinen Ninja. Wir nehmen die kleine. Wir nehmen das jetzt. Oh, you'll see. I'm much, much more than that. However, now you should go and meet the wolf. Got it. Meet the wolf, maybe pet it, and get Benjamin's address, like a ninja. It's locked. I need a key for this. Yes, you do. Look, there's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I can reach it from here. We need to find a key to open the cage. I'll find that key. You'll see. It says, Canis Lopus, also known as the Big Bad Wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Who knows? You're right. We should call the cops on him. No, we don't want to get involved with the police. Oh, okay. The wolf is also a little red, Oma. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. Ah, all right. I'll be back, wolf. And we'll sort this out about Benjamin. Do you think there could be a key in there? I don't know. Let's go and see. Quiet. Yeah, I don't know. Let's go and see. Quiet. Like a little ninja, got it. Like, little lady, Miss Fortune, the ninja lady. Little ninja lady has entered the room. We need to find a key now. I told you already. I'll find it. You'll see. Watch and learn how to find a key. Any keys inside the bucket? Nah. Acht, neun, vier, fünf. It says, save the rules for handling the big bad wolf. If the wolf runs at you, ready to attack, then you shall not have any regrets about your life, because you will most probably die. Nice! So if I don't have regrets, the wolf will let me pet it? What? Was das ein sechs gewesen? Nein, nein, nein. Wie können wir ein Inventar gucken? Haben wir ein Inventar? Nein. Mausrad. Ich spiele nicht mit der Maus. Ich spiele mit dem Controller. Ich spiele nicht mit der Maus. Ich spiele nicht mit der Maus. Ich spiele nicht mit der Maus. Es ist auch egal, was ich drücke. Ich kann irgendwie nicht Inventar öffnen. Ich spiele nicht mit der Maus. 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 Ich spiele nicht mit dem Maus. Wir spiele nicht mit der Maus. Ah ja. Das war's für heute. Ist das vielleicht der Code für hier? Okay, ich glaube, wir haben das jetzt als Lösung. Das ist eine 9. Ach, zurück. 8, 9, 4, 5. Super, Sipir! Hallöchen! Hello there! Okay. Okay. Hallo, bist du da? Ja, ich war auf der Toilette. Marc, ich brauchte die Informationen nicht. Wie ist deine Ohrinfektion? Ja, ist toll! Super! Dann können wir nochmal wieder reden. Pass auf dich auf! Dann hat er hier ein Enes geschickt. Ah ja, da ist ein Key drin. Der Code ist 27581. Okay. Da hätten wir auch das Rätsellösung. War einfach viel zu schnell. Äh, also... Nice! Perfekt! Ich glaub, ich brauch das Game mit meiner PS4. Nice! Well done, Miss Fortune. Very impressive. Thank you! Bitte schon gar kein Problem. Okay. 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 Maybe. Sorry! Doh! Mama! Wulfi, komm! Let me pet you. I'm a nice person. Wulfi? Ah, dammit. What scared him away? Why can't a little lady suspect the wolf? Oh, that was unexpected. Not to me. Animals usually run away from me. That's too bad. Also the fish on the hunt. A note is right there. I'm gonna take it. It says, My evil cousin's address. Fox, Skogstegen 15. Open films. It says, My evil cousin's address. Good. Now we can get that stolen happiness back. All right, sweet. It looks like the fastest way to the fox is by boat from Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way. Yes. Sweet. I always willing to go. Nice. Skogstegen 15. Phantasmagoria. Nice. Hast du die Frage schon mal gehört? Ja, nein? Ja eben, die erste Frage war, hast du diese Frage schon mal gehört? Da war keine Frage, deswegen gehe ich mir auf Nein. Einen Freund haben wir nicht angelogen, nur ein Kassierer. Oh, ich habe das falsche Gewicht, vergobt. Ja. Ich meine gerade erst George. I saw Grandad die, it was very calm, not like in the movies. Der Fisch, ja. I told him to come haunt me as a goat, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Nice. I can hear. Exciting. Danke fürs Zusehen und denk daran zu abonnieren, liken und kommentieren. Bye. Bye. uuu. Vielen Dank.